Zum Reformationsjubiläum 2017 bringt die Evangelische Kirche in Deutschland eine neue Fassung der Lutherbibel heraus. Theologen und Sprachwissenschaftler haben die aktuelle Übersetzung aus dem Jahr 1984 überarbeitet. Die Neufassung soll sich wieder stärker an den Formulierungen Luthers orientieren. Sie wurde am Abend auf der Wartburg vorgestellt. Es ist ein historischer Moment für die Evangelische Kirche. Nach fünf Jahren Arbeit präsentieren Theologen und Sprachwissenschaftler eine neue Fassung der Lutherbibel. Und zwar an dem Ort, an dem Luther das Neue Testament übersetzte, auf der Wartburg bei Eisenach. Wir bereiten uns vor auf das Jahr 2017, feiern 500 Jahre Reformation. Die Bibel ist ein ganz zentraler Punkt bei der Reformation gewesen. Die Neuentdeckung des Glaubens war durch die Bibel inspiriert. Und deswegen ist es, glaube ich, ein sehr guter Zeitpunkt, jetzt auch nochmal ganz neu die Lutherübersetzung anzuschauen. So heißt die Wehmutter, künftig Hebamme, aus Heiden werden Völker. Weil manche Worte in der Lutherbibel heute nicht mehr verständlich sind, ersetzt man sie. Rund 70 Experten haben jeden einzelnen Vers unter die Lupe genommen. Bei der Bibel ist es ein bisschen wie mit einem Auto. Die muss immer mal zum TÜV und dann muss geprüft werden, ob wir noch genau genug sind und den griechischen Text, den wir jetzt ziemlich gut kennen, und den hebräischen Text genau genug wiedergeben. Luther war in seiner Zeit auf der Höhe der Wissenschaft. Doch die Forschung zu den Originalquellen hat sich rasant weiterentwickelt. Etwa 15.000 Änderungen enthält die aktuelle Version. Genau übersetzen und dabei die deftige Sprache Luthers erhalten, das war der Auftrag. Luthers Text komplett modernem Deutsch anzupassen, war ausdrücklich nicht gewollt. Seine Bibelübersetzung hat die deutsche Sprache geprägt wie keine andere. Die neue Fassung soll im nächsten Jahr in den Druck gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017